Samantha, vielleicht hast du dich auch einfach nur verhört. Ganz bestimmt nicht. Ich werde wiederkommen. Ich werde sowas von wiederkommen. Und sie weiß nicht, sie weiß überhaupt nicht, mit wem sie sich eingelassen hat. Und das werde ich ihnen auch beweisen. Im Ernst jetzt? Der Schmitter! Wer ist das denn? Das ist mein Lehrer. Sexy ist der ja. Ich meine, würde ich wissen, dass er Lehrer ist, würde ich ihn auf jeden Fall nicht von der Bettkante stoßen. Ach ja. Boah, war das knapp. Zum Glück habe ich rechtzeitig gesehen, dass das der Schmitter war. Dieser Idiot kannst du wohl kaum erwarten, endlich Sarah zu sehen. Mann, Alter, ich habe mit einem gerechnet. Aber doch nicht mit dem. Was ist das für ein Scheißfilm hier grad? Hey. Hi. Wo sind wir? Ja, sorry. Ich habe mich ein bisschen verfrühlt. Ach. Okay. Oh, Mann. Samantha, ich sage dir ehrlich, dann können wir doch eigentlich nicht dreck abhauen. Die Situation ist sowieso komplett abgefuckt. Und ich meine, du weißt jetzt, dass deine Lehrerin was mit diesem Schmitter am Laufen hat. Und da wird sowieso niemand mehr kommen. Ich meine, außer die steht auf knackige Dreier. Ganz bestimmt nicht. Die hat einfach mehrere Typen am Start, die Olle. Samantha, vielleicht hast du dich auch einfach nur verhört. Vielleicht hast du diese ganze Situation einfach nur missverstanden. Ich meine, vielleicht hat die nichts mit einem Schüler. Vielleicht ist das einfach eine Affäre zwischen Lehrern. Und das ergibt grad keinen Sinn für mich. Ich stand da. Nicht du, Kimi. Okay? Ich war da. Ich hab ganz genau gehört, wie sie am Telefon war und gesagt hat, ey, wenn irgendjemand herausfindet, dass ich was mit einem Schüler hab, dann bin ich am Arsch. Okay? Ja. Puh. Ich werd wiederkommen. Ich werd sowas von wiederkommen. Und sie weiß nicht. Sie weiß überhaupt nicht, mit wem sie sich eingelassen hat. Und das werde ich ihnen auch beweisen. Puh. Die Luft scheint rein zu sein. Jetzt nicht sie weg hier. Ich hab dich voll vermisst, als ich gestern zu Hause da war. Du warst gar nicht da. Sag mal, wo warst du? Oh, was hast du, Alter? Das schämt dein Leben. Was? Ich war im Vanity. Was ist los mit dir? Ich dachte, ich nutze das jetzt einfach mal aus. Wir haben eh zu dritten Weiße. Vielleicht können wir noch irgendwas machen. Aber wenn du nicht willst, dann nicht. Ich hab eh nachher was vor. Kannst du den ganzen Kindergarten nicht langsam vielleicht einfach mal am Nagel hängen? Nein, Oskar. Ich werd weitermachen, okay? Mein Abi ist im Arsch. Die will mir mein Leben ruinieren. Die wird bluten dafür. Ich sag's dir. Und ganz ehrlich, wenn ich ehrlich sein soll, dann... Pfff. Ich war gestern vor der Haustür. Der Camper. Hab aber niemanden sehen können außer den Schmitter. Schmitter. Du hast... Du hast... Was gemacht? Hab ich denn klipp und klar gesagt, du sollst die Scheiße einfach sein lassen? Ja, ich hab's verstanden, okay? Ich hab's verstanden, aber nein. Ich werd die Camper drankriegen. Ich werd erfahren, mit welchem Schüler sie bummst. Und ganz ehrlich, Oskar, du als mein Boyfriend sollst mir mal zur Seite stehen. Schließlich sehen deine Noten auch nicht besser aus, hä? Hast du kompletten Dachschaden eigentlich? Checkst du überhaupt, was gerade passiert? Du renierst nicht nur dein Abi. Du hast mich auch noch oben dran angelogen. Von wegen, ich geh mit Mayra ins Kino. Einen Scheiß hast du. Digga, wie du dich da reinsteigerst, das ist so normal. Merkst du noch irgendwas? Was zur Hölle ist los mit dir? Seit Tagen bist du komisch. Merkst du das nicht? Samantha, es tut mir leid, okay? Ich bin in der Schule. Dann geh ich noch im Vanity arbeiten. Und mein Kopf raucht einfach. Ich brauch einfach mal ne Pause, glaub ich. Und ich find's halt auch einfach mega kindisch von dir, dass du der Camper so hinterher spielen gehen musst. Wenn sei, ich lass das einfach. Ich werd das durchziehen, mit oder ohne dich. Ich bin scheißegal. Scheiße, Samantha lässt echt nicht locker. Sarah und ich, wir brauchen dringend einen Plan, wie wir Samantha davon abbringen können. Baby. Was geht's? Mann, kannst du mir bitte verzeihen wegen heut Morgen? Guck mal, ich war ein bisschen gestresst und sowas. Wie wär's, wenn du gleich mit rauskommst? Weil, Mandy und Myra kommen nämlich mit Burger vorbei. Und ja, hättest du nicht Lust? Nee, ich muss da noch was regeln wegen der letzten Physikklausur. Tut mir leid. Okay, suchst du grad irgendwie nach irgendeiner Ausrede, weil du vielleicht immer noch sau auf mich bist? Dann sag mir das direkt. Nee, gar nicht. Aber du kennst das selber. Wenn Physikklausur ansteht, so ist es wichtig. Sorry. Hallo. Hey, hey. Börger-Sucha. Geil, danke schön. Da ist aber jemand gut gelaunt. Ist was passiert? Es ist was passiert, ja. Oskar zickt die ganze Zeit rum, nur weil ich irgendwie herausfinden will, wer der Täuber von der Camper ist. Mann, wo ist das Problem? Und der ist seit Tagen so strange, ne? Das ist krank. Das ist wirklich richtig, richtig krass. Boah, geil, Alter. Was? Komm mal, bitte. Boah. Sag mal, Sammy, hast du schon mal überlegt, ob vielleicht Oskar der Toyboy von der Camper ist? Ich mein, du hast gesagt, er verhält sich komisch. Wow, Mayra, dass sowas aus dir kommt? Hat dir irgendjemand ins Hirn geschissen? Oskar ist mit mir zusammen, denkst du, da braucht er irgendeine Camper? Nein. Und außerdem, wenn es so wäre, dann hättest du doch gecheckt, oder nicht? Ja, aber du hast die ganze Zeit gesagt, dass er komisch ist. Vielleicht ist da echt was dran. Krass, ja. So seid ihr also. Ey, wisst ihr was? Ist euer Burger selber, ich hab echt gar keine Kritik mehr. Ist das dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Psst, sah! Was ist denn los? Alles okay? Ja, aber wir? Wir haben ein mittelschweres Problem. Samantha war gestern Abend vor deiner Tür und wäre der Schmitter nicht aufgetaucht, hätte ich mich nicht versteckt und dann hätte sie mich wahrscheinlich entdeckt. Oh mein Gott, was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Samantha überhaupt so verbissen ist. Ich glaube, ich muss einfach näher dranbleiben, damit nichts passiert. Was ist? Ich habe nochmal über alles nachgedacht und jetzt, wo wir zusammen sind, ich finde es einfach komisch, dass du auch noch mit Samantha zusammen bist. Also, ich verstehe ja warum, aber wenn ich mir vorstelle, dass du mit ihr... Stopp, 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 Sarah, bitte. Ich schlafe doch nicht mehr mit Samantha. Die könnte ich auch. Ich denke nur noch an dich. Du bist die Priwe. Oh, wenn doch nur nicht alles so kompliziert wäre. Ich möchte meinen Job nicht verlieren, aber dich möchte ich auch nicht verlieren. So, und deswegen habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Wir brauchen einen neuen Plan, dass es aufhört, dass der Mann, der dich für 24-7 beschattet. Ja, ich weiß, aber was sollen wir denn tun, außer weiter auf Distanz zu bleiben? Je mehr wir uns sehen, umso wahrscheinlicher ist es, dass Samantha dahinter kommt. Und wenn die erst mal erzählt, dass ich was mit einem Schüler habe, ey, dann kann ich meine Sachen packen. Eigentlich sollten wir noch nicht mal hier sein, das ist nicht viel zu riskant. Chill, 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 chill. Samantha hasst dich, weil du ihr diese Facharbeit versaut hast. Klar, sie hat geschummelt und so, verständlich, aber... Ja, ich weiß, aber was hätte ich denn tun sollen? Es war Betrug. Ja, aber wenn wir die Chance wollen, dass sie uns in Ruhe lässt, solltest du ihr vielleicht die Chance geben, einfach diese blöde Arbeit neu zu schreiben, ohne dem Direktor Bescheid zu geben. Ich verstehe ja, worauf du hinaus willst und vermutlich hast du auch recht. Aber das kann ich nicht machen. Ja. Willst du immer weiter in der Angst leben? Na gut, ich werde mit Samantha reden. Aber solange noch kein Gras über die Sache gewachsen ist, sollten wir uns trotzdem besser weniger sehen und auf Distanz gehen. Sarah, ich liebe dich und ich habe einfach Angst, dass das alles einfach wieder kaputt geht. Ich liebe dich doch auch. Wir packen das schon, okay? Sarah hat recht, ich muss es mit Samantha endlich beenden. Das löst zwar nicht unser Problem mit der heimlich Tuerei, aber ich halte es doch auch nicht mehr länger aus. Ich wette die Campers auf der Suche nach ihrem Loverboy. Gleich habe ich die Schätzin und dann bist du fällig. Na du? Was Süßes? Nein, Marlon, ich will nichts Süßes. Das ist gerade so unpassend, Mann. Samantha, da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht. Komm mal kurz mit rein, bitte. Frau Käpper, was Süßes? Nein, danke Marlon. Okay. Worum geht es denn? Setz dich mal kurz hin. Und zwar habe ich nochmal nachgedacht wegen deiner Arbeit, die du kopiert hast. Und ich habe mir überlegt, ich werde damit doch nicht zum Direktor gehen. Ich würde dir einfach nochmal die Chance geben, sie nachzuschreiben. Okay, cool, danke. Aber womit habe ich das verdient? Ich glaube, ich habe im ersten Moment ein bisschen überreagiert. Weißt du, als Referendarin musst du dir halt auch erstmal ein Standing erarbeiten. Und ich wollte einfach deutlich machen, dass du das mit mir nicht machen kannst. Und dabei habe ich wohl ein bisschen übertrieben. Das heißt natürlich nicht, dass das, was du gemacht hast, okay ist. Aber ich denke einfach, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Und du auch. Und deswegen würde ich dich bitten, die dann auch zu nutzen. Ja, klar, das werde ich. Ich nutze jede Chance. Da bist du. Hi. Schlecht? Nein, wir waren gerade fertig. Super. Ich habe gedacht, wir zwei Hütten könnten noch ein Käffchen trinken, bevor wir in die Nachmittagsbetreuung gehen. Gerne, ich komme mit. Super. Dann schönen Tag dir. Gleichfalls. Ciao. Ciao. Keine Ahnung, was die Aktion gerade sollte, aber irgendwas ist definitiv komisch. Wenn die Camper meint, mir eine zweite Chance zu geben, dann ist das ihre Sache. Aber von mir bekommt sie definitiv keine. Hey, Baby. Na, Sherlock? Gibt's was Neues? Ja, einiges. Und zwar hat mir die Camper vorhin aus heiterem Himmel einfach mal angeboten, dass ich die Arbeit nachschreiben darf. Sie meinte sogar, dass sie den direkt da raushalten wird. Meiner Meinung nach versucht sie mir auf ihre Fake-Freundlichkeit so richtig in den Arsch zu kriechen. Und das wird nicht passieren. Denn ich bleibe dran. Und ich werde herausfinden, welcher Schüler sie die ganze Zeit crasht. Hast du nicht langsam selbst mal die Schnauze vorher formen? Also, ich meine, wird dir das nicht langsam auch zu blöd? Klar, scheiße gelaufen mit der Camper und so. Aber jetzt ist doch auch alles wieder gut. Mann, Oskar, nein. Wegen der *** steht mein Abi auf dem Spiel. Und ich wäre fast wegen der rausgeflogen. Also, nein, ich werde es nicht sein lassen. Meine ist ja achten, dass du den Schoß nicht gehört. Ich ertrag's auf jeden Fall nicht länger länger. Äh, was soll das jetzt heißen? Ey, Oskar, du bist mein Freund. Du solltest mir zur Seite stehen. Stattdessen kackst du mich die ganzen Tage lang nur noch an. Weißt du, wie ich mich eigentlich fühle? Tja, langsam entwickelst du dich halt einfach wieder zurück zur alten Samantha. Ich ertrag diesen Hass nicht, verstehst du mich? Baby, was für ein Hass. Das ist kein Hass. Guck mal, du weißt doch, dass ich ein bisschen Feuer unterm Arsch hab und dass ich ein leidenschaftlicher Mensch bin. Samantha, das hat mit Leidenschaft nichts zu tun, okay? Das ist einfach nur Psycho, was du machst. Mann, das ist nicht Psycho. Ich liebe dich und ich brauch dich auch, okay? Komm schon. Nein. Ich will es nicht, okay? Verstehst du mich? Spar's dir. Oskar, komm jetzt raus und lass uns doch einfach reden, Mann. Bitte. Oskar, komm raus und lass uns doch reden. Die Sanktion war so dumm gerade. Jetzt... Komm da raus! Was war das gerade? Willst du jetzt noch nicht mal mit mir schlafen oder warum weißt du mich ab? Ich kann das nicht mehr. Es geht nicht mehr. Das war's. Jetzt bleib stehen. Oskar, ich bleib doch stehen, bitte. Was war? Oskar, ich bleib doch stehen, Mann. Ich rede mit dir. Willst du jetzt wirklich mit mir Schluss machen? Samantha, ich kann das mit dir nicht mehr. Es ist aus. Feierabend. Finito. So. Die Beziehung zwischen dir und mir. Das Ding ist durch. Das kann's doch gewesen sein. Wann, woran liegt's? Was für einen Grund gibst? Sag es doch einfach. Red mit mir. Ist eine andere? Scheiße, nein. Du bist einfach eine Psychobraut. Und das hatte ich erst mit Lea. Und ich will das nicht mehr für mich. Kapierst du das? Laber mich nicht voll damit. Oh mein Gott. F***st du die Camper? Ich kann mir die Scheiße nicht mehr reinziehen. Fragen Sam oder Michael nach mir. Ich bin oben bei Papa. Und komm nicht auf die Idee, mir hinterher zu laufen. Lass mich einfach in Ruhe. Sonst passiert was. Wenn ich herausfinde, dass du die Camper f***st. Junge, dann bring ich dich um. Das werden mir die beiden auf jeden Fall noch büßen. Leonie! Hey! Halt an! Hey! Scheiße, ich häng fest! Halt an! Scheiße, ich häng fest! Halt an! Hey! John! Was machst du da? Spinnst du? Halt an! Ich bin auf jeden Fall! Halt an! Halt an!